Hallo zusammen, wir sind die Convolution. Ich bin Glück. Banner. Janu. Nigel. Und wir machen AC. Wir waren einfach passende Schlagzeuge und haben dann erste Garage-Band-Aufnahmen gemacht. Mit einem Verstärker, den wir vor unseren Laptop gestellt haben. Und so haben wir dann irgendwie den ersten Song aufgenommen. Und dann hatten wir immer wieder den Ding, wir hatten keinen Gitarristen. Bis dann mal dieser Jungeherr zu uns gestossen ist. Und so in dieser Formation geht es uns seit einem guten halben Jahr. Eigentlich im September. September 15. hopefules Spiel für Construction Kei hammer. Ja, eben Einfluss von Neuen bis alten Zeit. Von nach Bienen macht es über Codeburn. Ich bin auch nasty, es ist... Desolate! Der Salt hat uns gefallen! Viele von euch werden vielleicht mal Probleme haben durch so ein Leben und eben PMA Positive Mental Attitude heißt so viel wie denk positiv und dein Leben wird sich zum Positiven verwenden. Das ist auch ein grosser Teil vom Hardcore und das ist sehr wichtig. Wir haben jetzt ein Demozeug aufgenommen. Ein Demo? Ein Demo Song? Das ist bei ihm zuhause Einfach mit seinem Homemade-Studio haben wir das fabriziert. Do it yourself halt. Das ist bei uns gross. Das ist ja natürlich auch Das ist ja natürlich auch sehr prägend gewesen für das Training. Das do it yourself Ding, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht von anderen abhängig sein. Das ist ja natürlich auch mit dem ARD Text im Auftrag von Funk